Hallöche Freunde, herzlich willkommen zurück zu Generation Zero. Leider sind einige Videospuren kaputt gegangen und ich musste ein bisschen improvisieren, deswegen seht ihr jetzt einen Part, der eigentlich viel später kommt. Tut mir leid. Wenn es euch denn noch gefällt, drückt den Like-Button oder Dislike-Button, wenn es euch nicht gefällt und ein nettes Kommentar wäre auch nicht schlecht. Also, viel Spaß. Das Dekor. So, hier ist es schon. Hier muss doch irgendwo ein geheimer Eingang sein zu dem blöden Flughafen. Hat dein Kino eine Zahne mit? Was? Georg? Da laufen vier Stück rum. Ach du Scheiße, vier Mitleidern. Oh oh, ich renne. Auf einmal. Ja. Alter. Wir müssen weg. Lauft. Wow. Seid ihr in der Kampf? Oder seid ihr in der Kampf? Also, ich renne gerade. Weil wenn vier auf einmal sind, das ist ein bisschen zu dolle. Aber du bist schon mal. Wedensfalls irgendwo im Zaun. Ja. Da war eine Lücke frei. Da konnte ich rein. Die rennen alle hinter Cloud hinterher. Ja, weil ich auf dem Flughafen bin. Junge, was ist denn hier los? Alter, wie viele sind denn das? Ich gehe jetzt mal in so ein Häuschen rein. Uhuhuhuhu. Äh, was war das? Was? Eine Granate. Komm zu mir, hier ist ein geheimer Eingang. Ich komme. Vorsicht. Georg, komm. Ich komme. Alter, wie viele Gegner sind denn hier? Amart. Wo sind hier die scheiß Baracken? Warte, die Vierergruppe habe ich abgehangen. Die hängen ganz hinten an der Hauswand fest. Jetzt gucken wir mal in so ein Lager rein. Taschenlampe an. Alter, hier hinten ist es ja stockduster. Du ist da. Was ist da schnitt man? Äh. Hier ist eine Tür, die ist verwickelt. Kann jemand aufmachen von uns? Knutschi. Knutschi. Alter, wie viel Beute ist denn hier? Über 100 noch was. Da habe ich wieder alles mitgenommen. Oh. Was ist der denn? Hä? Aufmacht. Ich habe mal eine Kabel Ich habe eine Key-Karte bekommen. Zugangskarte für den Bunker habe ich. Alter, was machen die denn? Die haben sich gegenseitig getötet, die Vollidioten. Geil. Boah, hinten ist die Überzeugung. Hier hinten geht es weiter. Ich habe eine Klappe. Ja, zwei. Äh, steht noch zwei davor. Die vier haben auf einmal alle gleichzeitig losgeschossen, und sich alle umgebracht. Richtig gut. Dummer passiert. Gehen irgendwo raus? Boah, hinten war... Ich fühle jetzt viele Granaten drin, gerade in der Kiste. Hä, was machen sie bisher? Komm, heil mich, heil mich. Äh, was ist das? Ich reiß mal bitte den Bunker halt. Hm, ich komm gleich nach. Ah, hier geht's raus! Hey, Claude, wenn du hier zu mir kommst, kannst du... ...seh dir... ...kannst du direkt in den Bunker rein. Äh, ich hab hier gerade Party. Aber richtig. Ja gut, dann will ich dich nicht weiter sterben. hahaha. Hu, uuuh! Junge, Junge... Ja, komm, 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 komm. Was? Die zerstören sich alle gegenseitig. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Was war das denn? Die schießen immer gegen die Wände und töten sich selber. Wie doof sind denn die? Sehr doof, offenbar. Alter. Oh! Rein, 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 du! Ich kann nur einmal das Ding hier bewerben. Oh, klar. Äh, Georg, willst du den Raketenwerfer haben, den anderen? Ich hab jetzt einen besseren gefunden. Nö, ich hab einen. Gut. Alles gut. Ich hab einen Bolver gefunden. Eine 44er Mache. Ach, das ist doch mal was. Boah, was war das? Das war ich. Alter, wart nicht so vor. Ich hab mich gerade von der Rose gepisst, ey. Oh, wer hat denn den Schalter für eine Maschinenpistole hier weggeworfen? Ohne mir was zu sagen. Ich hab einen Sätzen gefunden. Ja, ich koche. Ich hab noch keinen. Ach, da steht einer. Mann. Ich hab noch zwei Lebenspunkte. Da kommen noch übelst viele. Äh. Äh, Cloud, was machst du da hinten? Ach, du kennst schon mehr. Immer noch. Ich kennst noch zehn Minuten hier. Na, sind die immer noch nicht tot? Ich hab jetzt schon vier Trophys bekommen. Ähm. Ich brauch mal so ein bisschen Heilung. Wie denn hier? Ähm. Was wird's langsam ruhiger? Oh. Ich bin Level 8. Tsch. 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 Na, ihr habt euch ja im Dunkeln darum getrieben. Jaja. Sonst hörst du dich wieder rum. Ich nehm dich die ganze Zeit weg. Ach, ihr seid doch auch immer da. Jetzt kommt er. Guck doch mal, wie es hier aussieht. Ja, Munizion gespart. Alter, Schrottwarnhändler. Ihr habt Munizion gespart. Jetzt ist alles fast alle. Oh, oh, Achtung hier. Die Dinger gehen auch noch hoch. Ah. Oh, Junge, die Ecke ist es. Alter. Au. Was verdastet. Ich rausgehe, Clujy. Alter. Ich seh aus wie ein Sieb. Alter. Was ist das? Oh Gott. Wie sind wir die Sterne? Die Elektroschocks, die kleinen Wendt. Oh. Kommt denn die jetzt hier? Kann die hier jetzt mal her? Ja, aber auf einmal. Ja, ich bin um die Ecke gegangen. Da standen drei Stücke um die Ecke rum. Alter. Aber irgendwie richtig sterben kann man bei den Spielen nicht, oder? Nur solange du die anderen Linensprinzen in den Taschen drin hast, kannst du dich immer wiederbeleben. Okay. So, Georg, du wolltest mir was geben. Nee. Nicht? Ich kann nur ablegen. Wie macht man das an? Ach, du hast eine andere Waffe als ich wahrscheinlich. Ich hab noch diese blöde Anfangsknifte. Wie macht man das in Verrutsichtgerät an? Eine Waffe anbringen. Das ist Handglas. Ja, ja. Ich hab's an der Waffe dran. Aber wie macht man's an? Ach so. Brauch jemanden? Ach nee, Schuhflücken. Ach, auf links und rechts. Alter, wie geil ist das denn? Ich kann alles sehen. Es leuchtet alles. Auf die Drogen zu nehmen. Oh, das ist ja geil. Das muss ich mal ganz kurz gucken. Festlichtverstärker. Was ist das denn für ein Scheiß? Das ist ein Nachtsichtgerät. Ja, ein Nachtsichtgerät. Ein Automatikgewehr. Automatikgewehr ist noch gut. Lass uns doch mal in den Bunker zurückgehen, wenn wir jetzt so viele Karten haben. Da können wir doch mal gucken, was es da auch zurückkommt. Da hinten noch den restlichen Loot abgreifen. Das sind noch die großen Gebäude. Ach so. Ja, gut. Gut, die großen Roboter. Ja, mit den großen Roboter will ich mich jetzt nicht anlegen. Die sehen... Ja, vor allen Dingen gehen langsam ein bisschen in Munition zu Neige. Ja, deswegen will ich ja die Lootkisten hätten alle mal nochmal durchswitchen. Kann ich die jetzt kommen... Äh, wieso? Ah ja, jetzt kann ich die auf 1000 Kilometer erkennen, weil die rot leuchten für mich. Und die ganzen Lichtquellen... Alle Wärmequellen kann ich sehen. Ey, das ist geil. Zu dieser Zeit, ne? Müsst ihr euch mal vorstellen. Oh, ne, 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 ne. Hat dir wohl alles überhaupt nichts gebracht. Warte. Ich muss so lang laufen. So. Komm ich hier rein? Komm ich hier rein? Wo ist denn der Eingang? Dir folgt irgendwas, Cloud? Passiert. Ich folge beiden, war es hier der Stromer, nämlich zwei solche kleinen Roboter rum. Hier ist ein Großer! Ja, doch. Hier ist direkt ein Großer! Ja, du musst, du musst in die Hocke gehen. Wer hat denn jetzt geschossen? Ich, das Vieh stand hier direkt vor mir. Ja, du hättest einfach in die Hocke gehen und vorbeischleichen, die Raffen das nicht. Ne, ich hab doch nicht auf die Große, ich hab auf so einen Kleingeschossen. Achso. Der stand direkt vor mir. Wie geht man dann in die Hocke? Mit Kreis. Kreis. Ich lenke sie ab. Wenn ihr Feuerwerkskörper habt, einfach hinter die schmeißen, dann rennen die sich um. Hm, ne, die hab ich alle schon weggefiffen. Oh, hier sind solche kleinen. Heiße Ware, Trophäe erhalten. Hm. Oh, da drüben kommt man gar nicht rein. Also, ich hab da jetzt keinen Zugang gefunden. Ja, wo ich die Böller geworfen hab, da bist du als erstes los hier ran. Ja, da war ich ja fertig mit Lüten. Also, war das nur Zufall, dass das alles richtig gemacht ist? Ja. Warte, er lebt immer noch. Ich hab mal erweitertes Magazin für das Stunko-Werk gefunden. Welches? Ah, äh, 776 oder sowas. Alter. 30 Gebrauch. Kannst du haben? Boah, was ist denn das? Ey, bei mir, ich ziehe immer automatisch irgendwie an die Decke. Alter, hier ist was los. Alter, komm doch mal, wenn doch mal wer hier vorne. Ja, ihr lockt die Uhr alle an, oder was? Ey, ihr müsst flugfischern. Locken die alle an. Was? Flugfischern müssen die alle kennen. Locken die alle an. Aber irgendwann muss das ja mal hier ein Ende geben mit den Biestern. Oh, da kommt was, Cloud. Alter, sind das viele. Worin hast du uns hier reingesetzt? Vorlage. Okay, ich hab eine 2-4 beschrieben. Okay. 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 Der Große macht Pingen hinter uns. Auf jeden Fall, hier ist ein Funkgerät, was wir irgendwie irgendwas mitmachen müssen. Das hatte ich vorhin nicht zulassen. Das habe ich vorhin schon aktiviert gehabt, da quatscht der irgendwas. Okay. Aber ich verstehe den nicht, weil der auf Skandinavisch quatscht. Der war doch Untertitel da gewesen. Ich kann doch nicht lesen. Ey, Digga, ist die mega-Witze. Willst du nicht mit zu isst? Ich schreibe ihn auf, dann verstehe ich den nicht. Ja, ich weiß bloß nicht, wo die ist. Ich kann es nicht nochmal aktivieren, das ist scheiße. Ey, ohne. Grad schon getestet. Wie wohl ist es hier? Äh, Stefan? Äh, ja. Ich nehme das jetzt mal als fast meinen Namen. Ja, Stefan. Ist das immer wieder falsch? Ah, wie vertretet der immer nach links und rechts, wenn ich das gar nicht machen möchte. Ja, weil du es, äh, automatisches Anvisieren drin hast. Echt? Kann ich das irgendwo ausstellen? Wiss ich nicht. Ist ja voll hart nervig. Äh, Spiel... Tutors, äh... Jetzt... Logs! So, mein Feuerball. Junge! Oho... er war nah dran die Klien habe ich auch mal die Rakete ist schon muss ziemlich in der Nähe eingeschlagen doch eine gesperrte Tür Georg, wo bist du denn? kommst du dann langsam mal? Nee Raketen ALTO! Da waren voll endlich Autos hinten bei mir Ja, Alter Ich bin fast tot Ich war eben tot Wo haben die Säcke ihre Schwachstelle? Ach, da hinten ist der Tank Kann man das mit dem Fernglas vielleicht? Sehen kann man es mit dem Fernglas bestimmt von hinten Wenn du infrarot hast Dann sehe ich alles nur rot leuchten weil es ziemlich hell ist Ich hab noch mal Ich hab die Autos Ich hab die Autos Kindsüchte So, jetzt haben wir seine Aufmerksamkeit Daneben Daneben Mal, weil der sich so viel bewegt, der Sack Oh Oh, oh Das fand er nicht witzig Gehst du jetzt mit der Schlufflüte? Oh, da kommt Kleiner RAKETE Scheiße Alter, da schießt die Raketen in der Luft Äh, die Granaten in der Luft weg Wie hat er denn drauf? Alter Ich muss mal die Waffen wechseln Okay, ich muss mal die Waffen wechseln, ja? Der hat Flares der Weg, so Ja, mein ich ja Gern geschehen Der wär weg Oh, der MP5 ist aber stark Weee Ich hab einiges an Raketen für das Ding Das hat uns doch einiges an Raketen gekostet Oh, ich hab für den Raketenwerfer meines Wissens Oh, was ist da drauf? Ist heute leicht genervt? Gehst du auch was? Ich wüsste, ich sehe dich ja nicht Also wenn ich den Charakter mehr angucken muss Das ist hässlich, das weiß ich Ich möchte jemand Raketen Ich will Raketen Ich will auch ganz viel Danke Ja, aber keine Raketen Ich will so auch einer Wo ist jetzt Cloud schon wieder hin? Da, komm her Bin da, bin da Ja Ja Bin da, wenn noch Go, jetzt können wir auch den anderen wegbashen Ähm Meinst du, dass das reicht? Ja